servus und hallo zum nächsten level weiter geht's ich habe keine ahnung was ich machen muss hier der hoschi hat sich das level schon mal angesehen ja was was hast du rausgefunden bis jetzt hallo aber folgendes rausgefunden ich drücke jetzt mal das knöpfchen und dann passiert das es passiert nix oder ok ich drücke noch mal das guck mal dahin da musst du hingucken ja richtung knopf und daneben die röhre oder fliegt der würfel raus ja ja guck mal da gibt es noch mit zwei einer einer scheppert unten 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 wie unten hier hier unten da 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 wo ich gerade runtergefallen hat bin da gibt es noch einen zweiten slot alles klar aber dann dadurch fliegen wenn der zeitpunkt genau moment muss hier wieder muss hier wieder wenn ich das nicht wenn ich das richtig sehe steht uns sowas noch zweimal bevor spaß freude nachdem hier also dreimal die dreimal so ein komisches system und knöpfchen gedrückt warum kommt bei mir ja falsche loch mensch ja ich habe die ganze zeit gegen ernsthaft und knöpfchen gedrückt ja habs so wohin damit hast hier da auch noch an der wand kannst du wieder zurückkommen moment 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 zurück er leg hat die kiste hin war das das richtige ja kiste nehmen ich jetzt da den laser richtung büro hier siehst du dahinten da 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 kann dann nur nicht hinstellen Ich muss ihn halten. Und was macht der? Weiß ich nicht. Ah. Oh. Wiu, 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 wiu. Der Ventilator ist aus. Ja, schön. Jetzt ist er mal wieder an. Was ist denn da hinten? Wo geht's hier hin? Nirgends mehr. Mal nach, ob da hinten irgendwas ist. Wo du hinschießen kannst. Moment, Moment, Moment. Der ist ja nicht so wirklich. Oder? Nö, nicht. Der Sinn hat sich noch nicht erschlossen. Warum? Was das bringt, wenn der Ventilator aus ist. Was auch hier. Was anderes noch zum Beballern ist. Hm. Hm. Ja. Ja. Wuh, 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 wuh. Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh, wuh. Wie geht das wieder los? Hm. Ja, keine Ahnung. Irgendwann. Hm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte. Äh. Hier kann man sich auch nach hinten schießen. Ich versuch mal, wo ich hier lande. Genau, da reinschießen. Ah. Ich hab rausgefunden, warum der Ventilator nicht laufen sollte. Ich, äh, äh, wo du gesprungen bist, äh, fiel mir ein, die sagt sich, du willst da unten runter springen und der da fiel mir, machst du mal out, aber, du bist zu früh gesprungen. Also, lass mal, lass mal aus, bitte. Sonst wäre wieder gehäckselt. So, dann. Springen wir mal durch. Hui. Donk. Ja. Okay. Ähm. Da ist, ähm, Raum. Tab für Partnerschaft drücken, was? Partnerperschaft. Ah, mit Tabulator kann man Partnerperspektive. Da, so sieht's aus hier. Ja. Alter. Okay. Okay. Und Laser. Also Schalter. Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Schalter gewesen an der Bahn. Das hab ich gesehen. Ja. Freischalter. Schalter. Oh, dann ist, dann ist mal wieder so eine Timingfrage. Ach, warte mal kurz. Da ist, äh, äh, Fan Shutdown. Ich hab ein Laser. Da. Irgendwie. Ja, aber wie bringe ich hier. Ja, aber wie bringe ich hier. Ah, ich kann weitergehen. Ich kann weitergehen. Wie, du kannst weitergehen? Ich bin jetzt in dem Bürogebäude hier. Druck mal Tab. Ja, ich schee, ich drücke ja Tab. Es bringt nur nix, ne? Ja, du musst mich, du hättest, äh, vorne, äh, vorher ne, 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 ne. Wie, du dir rüberkommen kann mit dem Laser. Ja, du musst dann noch mal tot fallen. Einmal tot gehen. Einmal tot. Jupp. Hui. Ich brust mich an der Wand, äh, ich seh dich fallen. Ja, aber, äh, Portal bringt ja nix, weil da ist ja so, so, so eine blaue Wand, wo meine Portale geressertet werden. Ah. Das bringt dir quasi nix. Ja, aber wie komme ich denn dann da rüber? Wir müssen den Laser hier rüber bringen. Und zwar, ähm, hier muss, ja, da kann wieder keins, warum kann man jetzt da kein Portale machen? Ja, da kann ich auch mal schätzen. Hui. Ich war bunt. Ja. Warte mal kurz, ich glaube. Okay, ähm. Okay, mach mal kurz den Laser, ich möchte auch mal da rüber. Na, äh, schau mal kurz, wenn... Ja, mach, 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 ja und, ne, ich gehe dann rüber. Dann schau ich mal, dann schau ich, dann schau ich, dann schau ich da drüben mal nach. Kuckuck, 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 Lohres. Aus? Ja. Ui, auch mal gucken gehen. Zack, so, dann gucke ich nämlich mal, ob ich von hier aus irgendwo... Äh, irgendwas treffen kann? Nee, eigentlich nicht. Bist du weg? Ich bin, äh, nee, warte, warte. Ich gucke gerade, ob ich von hier aus irgendwo ein Portal kriegen kann. Außer das erreicht... Nee, das kann ich noch nicht mal treffen. Aha, nee, das gehört ja mir. Ja, schau dir den Raum da hinten mal an. Ah, ja, genau. Der Ventilator läuft wieder. Ja, Pan Shutdown ist hier, da müssen wir, haben wir den Laser. You may work with robots. Aber hier sind auch... Ah, siehst du, hier sind nämlich Wände, da könnte man eventuell... Ja, eventuell. Vielleicht, unter Umständen. Ach, komm, jetzt müsste ich nur gucken. Nein, kann ich nicht, weil die Portale verschwinden, wenn du durch das blaue Ding gehst. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wie bringen wir den Laser darüber? Das kann ich auch immer überlegen. Ist in dem Ventilatorraum, ist da noch irgendwo eine Wand, das weiß ich gerade nicht. Hast du mal versucht, den einfach mal zu werfen in das Loch, in so ein Loch und dann den will ich, den ich, den man normalerweise nimmt, um hier rüber zu kommen? Nein, das habe ich nicht versucht. Dass du den Würfel einfach mal wirfst und dass der vielleicht überlebt? Das mache ich mal. Moment. Äh, falsch. Hier. Hier und hier. So. Würfel. Äh, nö. Äh, nö? Was heißt hier? Äh, nö. Der Würfel fliegt nicht so weit. Der liegt jetzt irgendwo da unten. Ist quasi lost. Mama kann den Würfel mehr. Den zweiten Mann hier rüber. Dann müssen wir alles nochmal machen, weil Würfel ist lost. Ah. Ja, ist ja schon. Du willst also, dass ich den Ventilator knutsche? Nö, ich das richtig. Naja, ich brauche die hier, hier rüben. Hier war das und das. Der war gut. Äh, zufrieden. Äh, ganz falsch. Moment, ja, mach du nur. Mal. So. Bautsch. Würfel kommt. Ah, so knapp. Ach, ja. Ja. Komme ich hier irgendwann mal wieder raus. So. Ich muss nur noch um die Handeln. Vielleicht ein bisschen, eventuell. Hm. Hui. Autsch. Batsch. Würfel. Würfel. Kommt. Jetzt. Dann sind wir wieder so weit. Ja, dann sind wir wieder so weit. Und? Äh, in Arbeit? Habe ich das richtig gemacht? Ja. Äh. Hui. Juhu. Alter, wo bin ich denn gelandet? Ja, ich verstehe es halt nicht, wie man den, den Ventilator aus, da, von dir aus steuern sollte, können, tun. Ja, jetzt ja, aber da brauchst du halt den, 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 den Cube für. Und ein, nee, da, du musst ein, irgendwie muss man ein Laser haben. Wir haben hier drüben ja noch nichtmals den Laser. Warte mal, wo habe ich, ähm, hier habe ich, ver, ver. Ich glaube, mit den beiden Schaltern macht man einen Laser an, mit dem man dann den, den Van shut downen kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du musst, äh, den Ventilator shut downen, dass ich rüberkomme und irgendwie. Müssen wir zwei Schalter umlegen, damit wir, oh Gott, wir, wir können den sonst nicht shut downen. Hier ist ein Ventilator. Die, die zwei Schalter sind wahrscheinlich einfach für den Ausgang. Ja, damit machst du dann einen Laser an. Damit machst du einfach nur einen Laser an. Ach so, okay. So wie es aussieht. Okay. Würde ich nämlich fast, fast mal behaupten, dass das ein Laser ist. Wie komme ich, wie komme ich jetzt darüber? Moment. Die Frage habe ich mich gerade auch gestellt. Weil, in, in der Zeit schaffe es, der fängt sofort zu drehen an, wenn, wenn der Laser weg ist. Der läuft nicht zuerst warm oder so. Warte mal kurz, ich guck mal kurz, wie lange das dauert, bis der Laser auf Touren kommt. Okay, ich guck. Ja, der ist, der ist sofort da. Ja. Irgendwie ein Stein, den wir hier reinklemmen können, so hier, irgendwas zum Aufheben, Trümmerteile. Warum kann ich hier Portal setzen? Das muss ja einen Sinn haben. So, jetzt. Ja, aber wohin willst du dann jetzt gehen? Ah, das bringt schon mal nichts. Von hier kann ich da zum Beispiel die Wand nicht erreichen. Was hat das eigentlich mit dem Büro auf sich? Ich habe nichts gesehen, wo man da was machen könnte. Nein! Ah. Okay. Wieso schießt der Laser eigentlich einmal so schräg hoch? Weil ich ihn durch ein Portal gejagt habe. Kannst du den Laser nach hier rüber schicken? Ja, wie denn? Wo denn? Über ein Portal. Ach, warte mal, warte mal. Äh, ausprobieren. Nein, ich... Ja, wo soll ich den denn hinschicken? Nö, kann ich nicht. Warte, 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 warte. Kannst du den Laser hier hinschicken? Hier so in diese Richtung? Nein, weil ich nicht nach oben schießen kann mit dem Laser. Der bleibt immer auf der Ebene. Nee, du musst ja eigentlich nur... Äh... Ja, aber du kannst doch auch, äh... Hm. Kannst den doch auch durch die Schräge da hinten schießen. Du hast da ja zwei Schräge. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, drei Schräge. Ich meine, die eine Schräge, wo ich, äh, drüber geduscht bin. Da hast du den... Äh, guck mal, haha. Ja! Fast. Wenn du den nämlich dann richtig schickst, dann... Alter! Ein Stückchen nach... Oh, der muss nur ein Stückchen nach links. Nach links. Nach links. Wie nach links? Also bei mir, äh, ich, ich, ich hab da jetzt, äh... Ah, warte mal, warte mal, ist sie. Du hast, du hast, du hast, ja, du hast den fast getroffen. So? Nee, 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 du hattest gerade besser geschossen. Du, du, du hast durch meine Portale fast in den Laser getroffen. Fast! Jetzt! Ah, fast, 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 fast! Langs oder rechts? Äh, du musst nach... ...rechts, ein Stück nach rechts musst du. Rechts, ja, weiter, weiter, weiter. Nein, 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 nein. Links, 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 links. Du... Du bist, du bist direkt daneben. Ich sehe es schon so ungefähr, aber... Du musst an... Siehst, du siehst, du diese Kisten hier, wo ich gerade vorstehe? Ich sehe dich. ja und ja da 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 wo ich da da wo ich da musst du hin da 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 wo ich da wo ich jetzt stehe da wo du jetzt da wo ich jetzt stehe musst du hin ja der schießt er nämlich durch mein portal okay jetzt schießt er durch mein portal und durch das eine portal und jetzt beschließen wieder zurück ich muss den jetzt nur die richtigen jetzt ist sehr gut im moment du hattest ihn getroffen ja weißt was problem ist der ist jetzt dauerhaft aus komplett ja auch shut down ja aber dann dann ist gut weil ich bin da kommt die teil da machen 3 2 1 0 und raus das war ja einfach ja wenn man dann wenn man einmal den dreh raus hat dann ist es einfach aber erst mal erst mal darauf kommen dass man da so eine scheiße machen muss oh gott nächste bürogebäude juhu inside disk wo ist die desk geht der scheiß wieder los das level ist aber ewig groß irgendwie gefühlt habs wo ist der in der da hier da wo grün leuchtet sehr gut ihr habt die wertlosen pläne gefunden ihr müsst hier bleiben damit ich sie sehen kann und nicht vergessen es gibt überhaupt keinen grund dass ihr sie euch anseht fertig in diesem sinne vielen dank fürs ansehen servus tschüss bis zum nächsten level